So, das sind wir wieder und wie wir sehen werden die Levels immer schneller. Wollte ich das gar nicht jetzt noch machen. So, wir haben das Schaf, das nicht weggeblasen oder eingesogen werden. Hm, nein, das ist schlimm. Sehr schlimm sogar. Oh, also Schaf ist immer irgendwie beides sehen. So, jetzt schnell, 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 schnell. Nein, 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 nein. Nooooooo. Verdammt. Wir können wieder zurückgehen. Mann, ist das ätzend. Du Schaf, du bist dumm. Salat nehmen, Salat nehmen. Mhm, dummes Schaf ist dumm. Naja. Aber ich habe mal gelesen, dass Schafe, seit sie in menschlicher Gefangenschaft sind, keine Angst mehr vor Raubtieren haben. Ist das nicht dumm? Das ist ja voll dumm. Ich meine, vor Wölfen sollte man doch Angst haben. Ich weiß nicht, Wölfe und Bären und all das Getier. Äh, dass so, ähm, halt Tiere raus. Ich weiß nicht, wo ist das? Wohhhh. Go, 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 Ralf. Go 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 Ralf! Shandy! Go Ralf! Go Ralf! Go Ralf! Und wir haben's geschafft! Oh yeah! Sweet Sweet Victory! Hallo! Das Level war eigentlich lustig. Ist das das nächste Level? Okay! Level geschafft in nur um 15 Minuten. Yeah! Oh yeah, wir sind so gut. Von 10 wurden wir nur 2 mal erwischt. Duja! Das ist so schön. Ach ja, ich liebe dieses Spiel. Wie oft kann ich das nur sagen? Ach ja, ich hoffe ich werde dieses blöde Upload-Problem lösen, weil es nervt. Aber sobald die Folge drauf ist, war das schon längst vergangenes ein. Wow! Oh, aber hey, ich hab etwa länger. Es ist Wochenende. Das ist so schön. Am Montag haben wir keine Schule. Yay! Aber deswegen kann ich... Das war das Level! Ähm... Oh Gott. Ähm... Ich glaub ich nehm jetzt ein bisschen Spyro auf. Obwohl das ist viel lustiger als Spyro. Und da ein weiterer Sieg! Warte. Wunderbar! Vergiss nicht all die Stechuren zu finden! Oh! Ich dachte du würdest noch ein weiterer Sieg sagen! Manu! Ich hab noch... Ich hätte jetzt am liebsten nicht hier aufhören, aber ich hab... Mein Penso noch nicht erreicht! Ähm... Ach! Ich fang das Level mal an! Das ist Geheim-Level! Ne, ne, ne. Das ist zu schwierig. Das mach ich am Ende. Hab ich schon am Anfang gesagt. Ja, es gibt nämlich zwei, äh, Bonus-Level sozusagen. Aber die sind so schwer, so hart. Das ist, ähm... Bonus-Level eins. Glaube ich. Oder? Level nicht beendet ist. Ähm... Aber das zweite Bonus-Level ist noch viel schlimmer. Und ja, ich hab jetzt aber per Zufall entdeckt. Ich bin da irgendwie reingeguckt. Also reingesprungen. Und hab's drückt! Yay! Gut! Dann hören wir mir den mindestens Gelaber auf und betreten Level. Ach! Der Level nicht beendet! Ach, da kann man rein drücken. Yay! Ach, wie kann man denn das andere Level? Welche du... Ach! Hehehehe! Ist das das Level? Aha! Das ist das Level! Aha! Das ist neben dem... Ist das... Ja, neben dem Geist-Level das schlimmste Level ever. Aber die Musik ist so keil. Jupp, der Stier ist wach! Alte Drache! Was ist hier los, fragt ihr euch? Was glaubt ihr ist hier los? Hm... Ist hier noch was? Oh, die Musik ist so episch! Oh, ich liebe diese Musik! Oh, die Sumpflevel kommen später! Oh, die sind so geil! So episch! Oh, ich freu mich schon so sehr! Hm... Hmm... Nehmen! 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 Warte! Wie war das schon? Den Samen hier hintun? Pflanzt ihn ein! Ah, wie fand ich den Samen wieder ein? Ich hab's vergessen. Ähm, was passiert, wenn ich das da machen? Nicht viel. Ah, wie komm ich jetzt dort hin? Äh, ich versuch's mal so. Ach genau, ich muss das da machen. Ja, wir reisen durch die Zeit. Ist das nicht schön? Ähm, hochklettern? Da oben ist nix. Ah, da können wir nämlich die Stechu holen. Aber ich hab irgendwie keine Lust dazu holen. Sauber Samen. Jetzt zurück durch das Zeitportal. Mhm. Da steht ein riesiger alter Baum. Oh. Zu wenig und du veröchtest dich schon. Besser ist eigentlich ganz cool, aber die spätere Part ist schwierig. So. Wir nehmen die Salate. Und nein, sein kann man nicht durch das Zauberportal. Wenn ich ihn durchschleusen. Wenn ich ihn durchschleusen. Falls hier irgend'n so das... Dann ist er gut. Nee, nee. Falsche Daste. Wusch. Aber das Level ist wirklich auch innovativ. Ich mein, in jedem Level gibt's was anderes, was man machen kann. Ich find das wirklich voll episch. Also... Die Spiele-Macher haben wirklich... Also Respekt den Spiele-Machern. In den späteren Leveln waren sie zwar sehr touristisch, aber... Die Levels sind einfach nur so episch und besonders die Musik. Und ich lobe das Spiel wieder. Ich weiß nicht, was ich anders selbst sagen soll. Außer ihr sollt das Spiel auch mal spielen werden. Hä? War das nicht so? Äh. Halt dich fest. Ha. Äh. Ja. Anscheinend war das nicht so. Jetzt bin ich ehrlich gesagt verwirrt. Was soll ich machen? Oh nein. Ähm. Okay. Ich muss anscheinend wirklich dorthin gehen. Zeituhr. Ja. Hier gibt's wirklich sehr viel mit der Zeituhr. Heißt die überhaupt so? Ich weiß es nicht. Zaubersam. Ich nehme dich. Lalalala. Ja, ich bin irgendwie. Wow. Gut gelaunt in letzter Zeit. Diese Woche war eigentlich schön. Außer das Wochenende der Montag ... Mo 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 Mo. Und Tag. Die waren irgendwie ... Nicht so schön. Aber jetzt ist es super. Verlänger das Wochenende für den. für den brutten drama genre referinter. Oh yeah. Sechse Leute, danke dir. Danke dir. Danke dich. thirsty, was Sechse Leute ist. Ehm. Humm. Ja, hier in der... Das ist ja doch nur für eine Stechuhr! Hier in der Schweiz. So eine Tradition. Ein vermeint solcher Weg... Ähm... Ouh. Ouh, oh, oh.öd좀 schlägt worden. Wow, tje... Und ich würde die Kamera gerne umstellen. Geht aber nicht. Wie geil. Kamerabag. Ja, wir haben jetzt zumindest die Stechuhr. Etwas Positives. Huh. So, und jetzt nehmen wir das Dingens. Verwenden es. Nehmen den Samen. Blablabla dies. Und so weiter und so fort. Aber später wird's noch lustig. Sackett-Portal? Ähm, ihr habt ja diesen Stier gesehen, ne? Pah, hat er denn... Ach, was mitzutun oder dieser Dingenskirchen? Wo sieht das denn Schäden? Hm, ich weiß nicht. Oh, Mann. Das war alles richtig. Oh, Mann, ich bin so lustig in der Zeit. Ah, meine Kirche ist richtig trocken, obwohl ich so viel trinke. Liegt das an der Umwelt? Wer weiß. Und ich liebe es, meine Stimme umzustellen, falls ihr es jetzt noch nicht gemerkt habt. Und ich bin so lustig in der Zeit. Biss dummer war das jetzt. Oh mein Gott. So. Ah, die Levels werden immer länger, immer aufwendiger. Und jetzt... Huuu, wir kommen rüber. Ähm, wie war das schon wieder? Aha, ja. Also erstmal hier die Tator verwenden. Wir verwenden sie! So, wo ist jetzt der Drache? Ich muss die Stein einfach zu Ende schieben. Ja. Woh, 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 woh! Drache! Und, ähm, hm, 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 was wird jetzt passieren? Lecker, Schafshilfe! Jupp, Sam verprügelt deinen Drache. Ja, Sam ist, ähm, ein Superhund, sozusagen. Aber hey, wir haben jetzt den Drache nicht mehr im Weg. Deswegen ist das alles toll. Nicht wahr? Woh, ha, 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 ha. So, jetzt schieben wir die Felsen noch mal weiter. Oh, ich dachte, ich sterbe so instant death. Ralf. Ähm, Ralf. Mann, dein Hintern bringt sich... Lange. Hm, ja. Lalala. Und, hab ich das schon erwähnt? Ich hab schon... Was erwähnt? Das ist kein deutsches Let's Play von Let's... Ich schieb doch den Wolf gibt es. Ich fand das nämlich sehr schlimm. Wow. Was soll das? Oh hey, smile! Es läuft rund. Ich weiß mehr oder weniger, was ich hier tun muss. Ähm, naja, mehr oder weniger. So, mal anschauen. Vielleicht hast du noch ein bisschen weiter wollen. Ob es ihn wirklich super ist. Aber ich trotz den Felsen da nicht im Weg. So. Jetzt aber. Sollte es stimmen. Ha, was muss ich mit diesem Felsen machen? Kommt uns abnehmen. Was das da ist? Ein Typ. Den ich nicht mag. Yep. Puh, wir haben bald keine Zeit mehr. Also, ich versuch nur ein Schaf zu stehlen. Aber es ist auch ein Schaf. Vorher, der wird's ja gelungen. Und der kann's ja nicht merken. Das war immer so. Für ihn. Und ja, das ist super cool, oder? Ah, ich liebe dieses Level. Und wir müssen uns hier leider verabschieden. Okay, ich mach hier noch einen kurzen Schnitt. Das Level-Man ist zum Ende. Und wir sehen uns gleich. Bis.